Hin und wieder kommt es bei unseren Vierbeinern zu Durchfall, welchen du verständlicherweise so schnell wie möglich loswerden möchtest. Wir zeigen dir in diesem Video, mit welchem einfachen Hausmittel der Durchfall deines Vierbeiners innerhalb kürzester Zeit der Vergangenheit angehört. Keine Macht im Durchfall Durchfall ist eines der häufigsten Symptome bei Erkrankungen des Verdauungstraktes unserer Hunde. Insbesondere aber Bakterien, Viren und Einzeller wie Giardien lösen den unangenehmen Durchfall bei Hunden aus. Typisch dafür sind meist breiiger bis flüssiger Kot, Darmgeräusche und Blähungen. Häufig kommt außerdem noch Unruhe und Kraftlosigkeit, Appetitverlust, Bauchschmerzen und Erbrechen hinzu. Doch dank der moroschen Karottensuppe ist damit zum Glück schnell Schluss. Die Wirkung der moroschen Karottensuppe ist schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wissenschaftlich nachgewiesen. Denn für den Großteil der Durchfallerkrankungen sind meist Bakterien, Viren oder andere Keime verantwortlich. Da damals über 90% aller an starken Durchfall erkrankten Kinder durch den Entzug von lebenswichtigen Mineralien und Wasser starben, erfand der Kinderarzt Ernst Moro ein heute zu Recht altbewährtes Hausrezept. Die morosche Karottensuppe. Schlagartig ging damit die Sterblichkeitsrate unter Kindern drastisch zurück, was auf die erfolgreiche Wirkung der Suppe zurückzuführen war, was zahlreiche medizinische Studien belegen können. Die morosche Karottensuppe ist also ein wahres Wundermittel, wenn es um die Bekämpfung von Durchfall geht und das auch bei deinem Hund. Denn sie wirkt nicht nur bei Menschen, sondern auch bei unseren tierischen besten Freunden. Der Grund für die erstaunliche Wirkung dieser Karottensuppe ist ein spezielles Zuckermolekül, welches durch langes Kochen der Möhren freigesetzt wird. Dieses dockt an den Darmwänden deines Hundes an und verhindert dadurch, dass sich Parasiten, Keime, Viren und Bakterien weiterhin in seinem Darntrakt anheften und dort einnisten und so zu schwerwiegenden Infektionen mit lang anhaltenden Durchfällen führen können. Die Wirkung setzt dabei binnen kürzester Zeit ein. Aber wie bereitet man sie zu? Das Grundrezept der moroschen Karottensuppe ist denkbar einfach und kann von wirklich jedem Hundehalter selbst zubereitet werden. Die einzigen Zutaten, die du dafür benötigst, sind 500 Gramm Karotten, 1 Liter Wasser und 3 Gramm Salz. Zunächst werden die Karotten gründlich gewaschen und anschließend geschält sowie in kleinere Stücke geschnitten. Gib die klein geschnittenen Karotten nun gemeinsam mit 1 Liter Wasser in einen Topf und lass diese einmal kurz aufkochen. Danach musst du die Möhren etwa 90 bis 120 Minuten lang bei niedriger Hitze köcheln lassen. Diese Zeit darf nicht unterschritten werden, sonst löst sich das wichtige Zuckermolekül nicht aus den Karotten. Damit aus den Karotten eine Suppe wird, kannst du diese nun entweder mit einem Mixer oder Pürierstab pürieren. Gieße nun den Karottenbrei noch einmal mit kochendem Wasser auf 1 Liter auf. Als letzten Schritt fügst du 3 Gramm Salz hinzu und rührst um, bis sich das Salz aufgelöst hat. Ganz wichtig ist, hat dein Hund eine bekannte Nierenerkrankung, solltest du die Gabe von Salz zuvor unbedingt mit deinem Tierarzt absprechen. Die Fütterung Es ist wichtig, dass du die Suppe unbedingt auf Zimmertemperatur abkühlen lässt, bevor du sie deinem Vierbeiner zum Fressen gibst. Schließlich soll dieser sich bei der Aufnahme der Suppe nicht verbrennen. Verfüttere die Karottensuppe am besten immer eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit deines Hundes. Die empfohlene Menge pro Tag beträgt dabei etwa 4-5 kleine Portionen, wobei die Tageshöchstration je nach Hundegröße individuell variiert. Kleinere Hunde sollten bei einer Durchfallerkrankung ungefähr 100-250ml Moroche-Karottensuppe zu sich nehmen, während bei mittelgroßen Hunden ca. ein halber Liter benötigt werden, um den Durchfall erfolgreich zu behandeln. Größere Hunde brauchen eine entsprechend größere Menge der Suppe. Eine Faustregel besagt, dass 30ml pro Kilogramm Körpergewicht ideal sind, um den Hund bei seiner Durchfallerkrankung zu unterstützen. Viele Hunde stürzen sich regelrecht auf die Moroche-Karottensuppe, während andere Vierbeiner absolut nichts damit anfangen können. Hast du ein eher mäkeliges Exemplar an Hund zu Hause, kannst du mit einem Löffel Joghurt oder ein wenig Hühnerbrühe dafür sorgen, dass dein Hund die Suppe schon bald lieben wird. Wichtig! Die Moroche-Karottensuppe ist ein Heilmittel für leichte und unkomplizierte Durchfälle. Leidet dein Vierbeiner dagegen auch nach mehreren Tagen noch an schweren Durchfällen und zeigt zusätzlich weitere Krankheitsanzeichen, ist ein Tierarztbesuch unumgänglich, um die Ursache herauszufinden und eine entsprechende Behandlung einzuleiten. Insbesondere dann, wenn der Durchfall deines Vierbeiners blutig oder schwarz ist, ist Eile geboten, da es sich hierbei um eine schwerwiegende Erkrankung handeln kann. Hunde leiden nicht nur häufig unter Durchfall, sondern hin und wieder auch an Erbrechen. Wenn du jetzt noch wissen willst, was die Gründe für das Erbrechen deines Vierbeiners sein können, klick jetzt links und schau dir unser Video zu diesem Thema an. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.